Camping ist eine Freizeitaktivität, bei der Menschen im Freien übernachten, oft in einem Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil. Es ist eine beliebte Aktivität für Naturliebhaber, Abenteurer und Familien, die eine Pause vom Alltagsstress suchen und die Schönheit der Natur erleben möchten. Beim Camping kann man in speziell dafür vorgesehene Campingplätzen übernachten, die oft mit grundlegenden Einrichtungen wie Toiletten, Duschen, Feuerstellen und manchmal auch Stromanschlüssen ausgestattet sind. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit des Wildcampings, bei der man außerhalb von ausgewiesenen Campingplätzen in der Natur übernachtet. Dabei sollte man jedoch die örtlichen Gesetze und Vorschriften beachten, um sicherzustellen, dass man keine Umweltschäden verursacht oder in geschützten Gebieten übernachtet. Camping bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, die je nach Standort und persönlichen Vorlieben variieren können. Dazu gehört Wandern, Angeln, Schwimmen, Kanufahren, Vogelbeobachtung, Lagerfeuer machen, Sterne gucken und vieles mehr. Es ermöglicht den Menschen, dem hektischen Stadtleben zu entfliehen, sich zu entspannen und die Schönheit der Natur zu genießen. Beim Camping ist es wichtig, die richtige Ausrüstung mitzubringen, wie zum Beispiel ein Zelt oder ein Wohnmobil, Schlafsäcke, Isomatten, Kochgeschirr, Taschenlampen und alle anderen wichtigen Utensilien, die man für das Leben im Freien benötigt. Es ist auch ratsam, sich auf das Wetter vorzubereiten und angemessene Kleidung mitzubringen, um sich von den Elementen zu schützen. Insgesamt ist Camping eine Möglichkeit, den stressigen Alltag zu entfliehen, Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen und die Natur zu erkunden. Es bietet eine einzigartige Gelegenheit, abseits der üblichen Annehmlichkeiten das moderne Leben zu erleben und das einfache Leben im Freien zu genießen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken. Bis zum nächsten Mal.